Hey Leute, hier ist die Queen und bei der Petra gibt es eine neue Wäschentischaufgabe. Wenn ihr die euch holt, könnt ihr euch einen geheimen Triumph holen bei dieser Mission. Und zwar den Troll unter den Brücken. Ich habe mir ein paar Freunde dazu gehört. Hier erstmal den Cranky Sniff und den Jabo. Den sieht man hier nicht. Der versteckt sich ganz schön. Den hört ihr aber am Schluss. Hier ist der Eingang zur Mission. Bisschen versteckt. Zur Brücke. Ich würde die Gegner mal killen. Und dann unter der Brücke ist er. Und ja, ihr könnt mal schauen, was da alles passiert. Und seid nur gewahr. Der verfolgt euch durch die ganze Mission. Wenn ihr ihn mal ärgert. Er ist böse. Passt also auf und habt viel Spass. Danke fürs Zuschauen. Tschüss ihr Lieben. Achtung, Kim. Wuhh. 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 Ich bin drin. Hey. Erstmal Pause machen. Erstmal. Das geht es mir für ein Freund. Ja. Das ist ein böse Troll. Ich sage, das ist ein böse Troll. Ja. Ich sage, das ist ein böse Troll. Schade. Ja.